Es hat sich etwas grundlegend geändert für die Märkte, denn die Fed ist ein politisches Instrument geworden. Dieses Instrument soll für Joe Biden, für den US-Präsidenten die Inflation bekämpfen. Warum muss die Fed das tun? Nun, 40 Prozent der Amerikaner haben nicht mal mehr Rücklagen von 1000 Dollar. Und wenn die Inflation so hoch ist, dann sind diese Menschen praktisch am Existenzminimum und dann werden die wütend. Dann wird das ein riesiges politisches Problem für Joe Biden und deswegen hat der US-Präsident, der Fed-Chef Powell, bei seiner Wiedernominierung klar auf den Weg gegeben. Bekämpfe mir die Inflation, koste es, was es wolle. Und das ist der eigentliche Game Changer, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Denn erinnern wir uns damals an die Zeiten von Donald Trump als Präsident. Der hat ja immer wieder Jerome Powell angegriffen und hat gesagt, sie senken mir die Zinsen. Warum? Weil Trump wollte, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen, damit die Amerikaner immer reicher werden und die Zustimmungswerte für Trump damit weiter steigen. Jetzt ist es etwas komplett anderes, denn jetzt steht die Fed und steht Powell vor der Entscheidung, naja, treffe ich jetzt diejenigen, die von den Aktienanstiegen und von den Immobilienpreisanstiegen profitiert haben. Also treffe ich die Profiteure der Vermögenspreisinflation, die jahrelang ja in Saus und Braus leben konnten. Oder opfere ich die unteren 40 Prozent, die nichts in der Tasche haben und die Antwort scheint mir klar zu sein. Und ich versuche diese Antwort auch zu belegen in diesem Video, das den Namen trägt, die Fed, die Inflation, Joe Biden und Millionen Investment Genies. Denn das ist ja das, was letztendlich diese Fed-Politik jahrelang verursacht hat, das Ansteigen von Vermögenspreisen von Aktien. Da wurde jeder Schrott nach oben getradet, war plötzlich total wertvoll. Und viele werden sich jetzt, wenn sie in den Spiegel gucken, vielleicht die Frage stellen, oh, ich dachte ich war ein Investment-Genie. Und jetzt stelle ich fest, oh, nee, ich war nicht das Genie, sondern die Fed war es, die all das ermöglicht hat. Genau das ist eben jetzt der Erkenntnisprozess, der sich langsam durchsetzen sollte, weil viele jetzt eben auf massiven Verlusten sitzen. Das sehen wir hier. Etwa gestern hatten wir die Situation, dass so viele Aktien aus dem Nasdaq 52 Wochentiefs gemacht haben, wie nur einmal bei Lehman, also praktisch die Finanzkrise und wie im März 2020 Corona-Crash. Also da ist wahnsinnig viel kaputt gegangen, da sind viele Aktien regelrecht abgesoffen. Unten sehen wir in diesem Chart Nasdaq neue Hochs-Neue-Tiefs auf monatlicher Basis. Das ist die ganze Dramatik dieser Situation kaum zu überschätzen. Jetzt sehen Sie da diesen Spike nach unten, diesen roten Graph, diese rote Linie, diesen roten Balken. Das ist schon ein verheerendes Desaster, was ja schon passiert ist, was nur in den Indizes nicht so sichtbar ist, weil eben die großen Tech-Konzerne das noch einigermaßen immer noch oben halten. Woanders aber hat es auch massiv gekracht. Sie erinnern sich sicherlich an die vielen IPOs, an die Börsengänge des Jahres 2021. Und hier sehen wir mal den Renaissance-IPO-ETF, das ist das maßgebliche ETF, das eben diese IPOs, diese Börsengänge abbildet, wie Peloton, wie Robinhood, wie sie alle heißen. Der ETF jetzt auf dem Weg, die schlechteste Performance ever eines Monats zu erreichen, jetzt in diesem Januar. Und Sven Henrik bringt so ein bisschen die Logik auf den Punkt. Da hat die Wall Street und die Analysten haben diese Aktien hochgejässt, haben sie an den Markt gebracht. Die haben sich teilweise innerhalb von Stunden verdoppelt. Da wurden Kursziele ausgerufen, fantastische Zukunftsperspektiven ausgemalt. Und dann haben die Banker, die diese Aktien an den Markt gebracht haben, die haben satte und fette Boni eingestrichen. Und die Banker haben jetzt die Bonis und die anderen, die nicht rechtzeitig verkauft haben, die sitzen jetzt praktisch auf dem Schaden. Was für eine geniale Industrie, sagt hier Sven Henrik. Und damit hat er recht. Und all das ist nicht mal illegal, all das ist legal. Und es zeigt, dass da doch durchaus vielleicht ein Punkt dabei ist, jetzt mal jene ein bisschen anzugehen, die eben die großen Profiteure waren. Nämlich die Wall Street. Und die Wall Street wäre ja am meisten betroffen, wenn es mit den Aktienmärkten ein bisschen schwieriger wird. Aber wir sehen das auch etwa bei diesen Meme Stocks. GameStop, AMC, wie sie alle heißen. Die sind ziemlich unter Druck. Das sehen wir schon, dass jetzt etwa auch bei Wall Street Bets, diesem Blog auf Reddit, dass da die Kommentare deutlich abgenommen haben. Wir waren Anfang letzten Jahres, hatten wir so 175.000 pro Tag. Jetzt haben wir im Durchschnitt noch 20.000. Und also, wenn die Meme Stocks nicht mehr steigen, dann ist eben auch die Neigung darüber zu schreiben etwas geringer geworden. Und auch die Anzahl der Investment Genies offenkundig ein bisschen geringer geworden. Wer hat von diesem ganzen Hype profitiert? Die Unternehmen selber, etwa wie GameStop, die haben nämlich dann aufgrund der hohen Bewertungen, haben sie dann Kapitalerhöhungen gemacht. Das heißt, die Investoren haben an die Story geglaubt und haben da weiter Geld reingepumpt. Dadurch konnten die Unternehmen sich ein Stück weit sanieren. Gut für die Unternehmen, aber schlecht für die meisten Investoren. Zumindest, wenn sie dem Prinzip gefolgt sind, dass bei Meme Stocks ja durchaus en vogue war. Nämlich niemals verkaufen, sitzen bleiben, eher nachkaufen. Das war dann vielleicht jetzt nicht so die allerbeste Idee. All das Symptome letztendlich einer vergangenen Epoche, die jetzt zu Ende ist wahrscheinlich. Denn es hat jetzt die Fed diese Drehung gemacht. Und damit sind solche Phänomene eben schlichtweg nicht mehr denkbar, nicht mehr machbar. Und gestern haben wir ja diesen massiven Rebound gesehen, nachdem es vorher ja saftig nach unten gegangen war. Und hier hat JP Morgan nochmal klargemacht, wir hatten ja gestern einen 5% Reversal. Das heißt, der Nasdaq etwa 5% von seinem Tief dann nach oben gemacht. Und jetzt hat JP Morgan sich mal die Vergangenheit angeschaut und hat gesagt, also in vier der letzten sechs Male war es so, dass die Märkte dann ziemlich deutlich gefallen sind. Und zwar durchschnittlich 1,6%. Das war 2000, 2002 und in 2008. Und auch heute sind wir ja wieder schwächer, was die Wall-State betrifft. Mal schauen, ob es bei minus 1,6% rauskommt oder schlimmer oder vielleicht ein weniger, weniger schlimm wird. Allerdings, und das ist das Entscheidende, solche Reversals, solche Drehungen, die eine solche Dimension haben, das ist in der Regel kein Ausdruck eines Bullenmarktes, sondern ist ein Ausdruck dafür, dass die Volatilität hoch bleibt und eben die Richtung sich nicht ändert. Das ist vielleicht ein zentraler Punkt. Hier sehen wir mal die Grafik zur Anatomie eines Bärenmarktes. Und vielleicht haben wir es schon mit einem Bärenmarkt zu tun. Das ist nur nicht ganz angekommen bei den meisten, weil man vielleicht auch die politische Dimension der FED unterschätzt, die ich nachher gleich noch mal etwas ausführlicher darstellen werde. Hier sehen wir mal die Abweichung vom exponentiellen Wachstumstrend jetzt in verschiedenen Situationen. Dotcom-Situation und jetzt die FED-Bubble übertrifft alles, was jemals gewesen ist. Also das ist natürlich ein bisschen krass geworden, diese ganze Geschichte. Wie kriegt man das wieder auf eine normale Dimension? Das ist die große Frage. Und Jeremy Grantham, dieser legendäre Investor, hat ja gesagt, also er geht davon aus, dass die Wall Street massiv verlieren wird, dass die Aktienmärkte massiv einbrechen werden, dass da eine Blase der Fall ist. Und wenn wir uns jetzt mal den langfristigen Trend etwa beim S&P 500 anschauen, dann wäre der immer noch intakt, wenn der S&P 500 etwa so auf 3.700 Punkte fallen würde. Es wären also um und bei noch mal so gut 500, 600 Punkte, ohne dass jetzt dieser massive Aufwärtstrend eigentlich dadurch kaputt wäre. Es wäre nur dieser exponentielle Anstieg dann aus diesem Trend nach oben, der wäre dann wieder ein bisschen korrigiert. Also historisch wäre das durchaus etwas, was im Rahmen des Möglichen ist. Und insgesamt sehen wir jetzt, dass dieser Abverkauf vor allem seit Jahresbeginn doch schon Spuren hinterlassen hat bei den sogenannten Financial Conditions. Da fließen Aktienkurse mit ein, da fließt Kreditvergabe mit ein. Wir sehen also, es ist nicht mehr ganz so ultra lax. Da ist ein bisschen schon was passiert. Und der Fed wird das vielleicht gar nicht so unrecht sein, denn sie weiß eins, diese Financial Conditions, die sind so lax, dass sie eben auch die Inflationserwartungen nach oben bringen. Und die Fed muss ja, wenn sie die Inflation bekämpfen will, vor allem die Inflationserwartungen nach unten bringen. Als eine self-fulfilling prophecy, wenn ich Inflation erwarte, dann agiere ich auch so, dann kaufe ich lieber heute als morgen, weil ich weiß, ah, morgen wird es noch teurer. Also damit wäre ein erstes Teilziel der Fed schon mal erreicht, wenn es in Sachen Inflationsbekämpfung geht oder um die Inflationsbekämpfung geht. Und wir sehen jetzt auch bei den Unternehmen erste Bremsspuren. Das erste Mal seit April 2020, so hat Jim Bianco hier gezeigt, ist die sogenannte Earnings Guidance negativ geworden. Also die Gewinnprognose der Unternehmen ist doch deutlich schwächer als zuvor. Da ist etwas passiert. Da hat es einen Game Changer gegeben, einen Trendwechsel gegeben, könnte man sagen. Und all das wird natürlich reflektiert hier durch die Märkte. Wir sehen jetzt, wir haben eine durchschnittliche Range beim S&P 500 jetzt von 4,61%. Das ist natürlich der Hammer. 4,6% als Range zwischen Tageshoch und Tagestief. Und viele rechnen jetzt natürlich damit, dass sie sagen, naja, guckst du, Paul und die Fed, die werden sehen, was für ein Schaden da angerichtet worden ist an den Märkten. Und insofern wird Paul, wird die Fed morgen versuchen, dann auf der Sitzung, die Märkte ein bisschen zu beruhigen und zu sagen, ach, so schlimm ist es nicht so. Ernst meinen wir es nicht mit Zinsenanhebungen und Bilanzreduzierung. Aber da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, dass die Fed genau das tun wird, was sie vorher gesagt hat. Sie wird an diesem Programm festhalten. Sie wird sagen, wir werden Tapering durchziehen bis Ende März. Und dann werden wir Zinsen anheben und dann im Laufe des Jahres irgendwann die Bilanz reduzieren. Ich glaube, dass da also keine doffische Überraschung kommt, angesichts dessen, was am Markt jetzt seitdem passiert ist. Und seit wann ist das eigentlich so? Wir erinnern uns, die eigentliche Wende würde ich taxieren auf den November, als eben Joe Biden Paul ernannt hat und ihm gesagt hat, bekämpfe mir die Inflation. Das haben die Märkte aber nicht so richtig ernst genommen, obwohl Paul, Brainerd, viele Mitglieder der Fed sich schon sehr hawkisch geäußert haben, hat man nicht ernst genommen. Erst als das Protokoll der letzten Fed-Sitzung dann veröffentlicht wurde, das war am 5. Januar, seitdem ist Sand im Getriebe, seitdem geht es nach unten, seitdem scheinen die Aktienmärkte diese hawkische Wende der Fed auch wirklich erst ernst zu nehmen. Finde ich sehr erstaunlich, dass das manchmal so ein bisschen lange dauert. Und erinnern wir uns, Joe Biden hatte ja letzte Woche eine Ansprache, wo er klar gesagt hat, die Bekämpfung der Inflation, it's Fed's job, also es ist der Job der Fed, nicht mein Job, sondern die Fed muss das für mich tun, so hat er klar gemacht. Und das bedeutet, dass eben die Fed jetzt praktisch den politischen Auftrag dafür hat, eben die Inflation zu bekämpfen, von wegen politischer Unabhängigkeit der Fed. Das ist eh schon immer ein Mythos gewesen, aber jetzt wird dieser Mythos immer klarer. Und wir hatten gestern ja den Vorfall, dass Joe Biden da aus Versehen ein bisschen geflucht hat über jemanden, der eine Frage gestellt hat, ein Reporter von Fox, ein tendenzieller Rechter, nicht den US-Demokraten freundlich gesinnter Sender. Der hat hier gesagt, ja, wie ist es denn mit der Inflation? Die Inflation, die scheint ja aus dem Ruder zu laufen und Joe Biden hat ihn dann, weil er dachte, das Mikro ist aus, doch ein bisschen mit einem Schimpfwort belegt, hat ihn danach wohl angerufen und gesagt, war nicht persönlich gemeint. Und da war eben die Frage, ja, glaubst du, dass die Inflation ein großer Belastungsfaktor für die Midterm Elections sind, also für deine Wahlchancen bei den Midterm Elections, so die Frage des Reporters Joe Biden, dann mit dem komischen Satz, nein, Inflation is an asset, also ist sozusagen etwas Wertvolles, aber das war ironisch, sarkastisch gemeint, um dann eben diesen Reporter zu beschimpfen. Und es zeigt, wie nervös man eben in der Biden-Administration ist und Biden wird dadurch natürlich in eine ganz schwierige Lage versetzt. Jetzt hat er die Möglichkeit, entweder eben die Inflation nach unten zu bringen oder, wenn es nicht geschieht, dann die Unzufriedenheit der Hälfte der Bevölkerung auf sich zu ziehen oder auf der anderen Seite eben vielleicht Preiskontrollen einzuführen oder eben die Aktienmärkte zu opfern, könnte man vielleicht sogar sagen. Und das scheint jetzt die Situation zu sein. Und Jim Bianco erinnert daran, Jim Bianco ist einer der wenigen und der ersten, die diese politische Dimension begriffen haben, die da passiert ist. Dieser Game Changer, FED als oberste Bekämpferin jetzt der Inflation, das war vorher ja nicht der Fall, der erinnert daran, dass in den 70er Jahren ja noch richtig Action war. Da sind Bauern mit ihren Traktoren vor die FED gefahren, da ist ein bewaffneter Mann in die FED eingedrungen und wollte FED-Mitglieder letztendlich gefangen nehmen. Denn da gab es richtig Druck von vielen Organisationen damals auf die FED. Also das ist etwas, was durchaus schon heftiger war. Jetzt geht ja kaum einer auf die Straße, aber die Leute sind unzufrieden. Und das ist eben die Gefahr der Situation. Und heute hat Joe Biden einen interessanten Tweet abgesetzt, wo er sagt, eine Handvoll von riesigen Firmen dominieren ihren Sektor und die Amerikaner müssen den Preis dafür bezahlen. Damit meint er, dass diese Firmen praktisch eine Monopolstellung haben, diese Monopolstellung ausnutzen, dadurch die Preise gestiegen sind. Das ist seine These. Es sind also die bösen Firmen, die die Preise angehoben haben. Und in manchen Bereichen gibt es ja auch diese Monopole, gar keine Frage. Aber es zeigt, my administration is taking action to change that. Also es geht scheinbar auch um die Aufspaltung bestimmter Firmen, die hier betroffen sind. Und da denken wir natürlich an den Tech-Sektor. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass der Tech-Sektor nicht nur wegen der hawkischen Wende der FED jetzt am stärksten betroffen ist. Aber hier sehen wir nochmal die Kaufkraftverluste der unteren 50% der Amerikaner. Wie gesagt, 40% der Amerikaner haben nicht mal 1.000 Dollar in Reserve. Wenn da irgendwas schief geht, sind die sofort platt. Wenn die Inflation zu stark steigt, ihre Kaufkraft praktisch nochmal schmälert, die sind ohnehin schon am Limit. Und auf die muss Biden natürlich Rücksicht nehmen, wenn er irgendeine Chance haben will bei den Midterm Elections. Das also zu diesem politischen Komplex, der glaube ich sehr, sehr wichtig ist zum Verständnis der Dinge, die derzeit ablaufen. Und jetzt machen wir den Switch. Auch um die USA geht es bei diesem Thema, nämlich Gas. Hier haben jetzt die USA gesagt, wir kümmern uns darum, dass die Energieversorgung gesichert ist, auch wenn da mal was schief geht mit dem Gas aus Russland. Also wir versuchen Europa unabhängiger zu machen von russischem Gas. Da will man jetzt eben die Flüssiggasanbieter im eigenen Land versuchen zu aktivieren. Man hat Katar offenkundig angesprochen. Mensch, schick doch mehr Gas nach Europa. Und jetzt ist die Frage, wird es da Sanktionen geben? Werden die Europäer welche Sanktionen mittragen? Da arbeitet man massiv daran. Und ich habe abschließend heute einen Artikel geschrieben mit dem Titel Russland, worum geht es Putin wirklich über Phantomschmerzen? Wo meine Argumentation die ist, dass ich sage, Putin und da bin ich ganz in der Nähe dieses deutschen Marinegenerals, der ja jetzt zurücktreten musste, weil er gesagt hat, die Krim wird nie wieder zurückkehren. Und ist das wirklich unrealistisch, was der Mann gesagt hat, der auch gesagt hat, was hat Russland davon, wenn man einen Streifen oder wenn man die Ukraine irgendwie annektiert? Nein, es geht den Russen und es geht vor allem Putin sehr, sehr wahrscheinlich um etwas anderes. Und worum es Putin geht, das habe ich in diesem Artikel mal versucht auszuführen. Den werde ich unter dem Video verlinken und wünsche ich jetzt einen wunderbaren Feierabend. Und sage Servus und ciao.